Ihr könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Da oder rechts oder links? Das ist die Frage. Wir sind angekommen, wie ihr seht. Wir sind nicht angekommen. Wir sind kurz vor dem Contest. Wir sind hier im Wald. Wir versuchen den Contest zu finden. Ich glaube, wir kommen näher. Da wo die Musik ist, da ist natürlich wahrscheinlich der Contest. Hier nicht sterben vorher. Wir haben es geschafft, glaube ich. ... Bruder, hier, ne? Immer am Stand. Egal welcher Contest. The man. Alles am Versuchen, Bruder. Wir müssen alles versuchen, damit Skateboarding ... Auch wenn wir alle eher stöde-döf. Du hast doch auch schon seit 20 Jahren, du kennst Skaten. Mal sind wir voll die coolen, mal sind wir voll die... Es interessiert keinen, was wir machen. Wir sind wieder in diesem geilen Augenblick. Keiner interessiert, was wir machen. Treflip, es interessiert keinen mehr. Schade. Aber wir riechen die Freiheit. Wir riechen die Leidenschaft. Guckt euch das an. Hier, Mann kommt hin. Man kann Boards kaufen. Contest. Bam. That's the way of life. Skateboarding, motherfuckers. Überall die ganzen Buden. Jetzt gibt es noch frisches Popcorn. Richtig geil. Nettetal. Best. Dankeschön. Eine Chance hier. Ein wie ein wie ein wie ein robes Vogler. Ja. Wir haben normaler nicht gestanden. Ich hab viele am liebsten, auch mal einzuschrei. Das ist das Allgemeinen. Das ist das Allgemeinen. Danke. Das ist das Allgemeinen. Danke. Danke. B Okey. Danke. Fremdflows, Schürz, Behoosh, die Lüte, hier bist du toll, die Getränke, Patrick hat viel Angst, wie keiner andere, Lakaischuhe, PC, Fremdflows, und das ganze hier schön, Let's go run! 50-50! Yeah! Next side, you'll flap, ja, boor! Yeah! Flips! Slips! Slips! Yeah, man! Yeah! Big spin flip! Big spin flip! Slips! Slips! Yes, sir! Yes, sir! London Gap, you flip! Oh my god! Big spin flip flip! Big spin flip flip! Yes, sir! Los da, soy! Oh! Big spin flip flip! And that's a fool of the end! Marcel Bukus! Yes, sir! Nolly backflip! Nose-tap, Reverb Popoff! Wow! Wow, Frostlight, 270er, crazy, das ist der Wahnsinn, alle, alle natürlich. Hier kriegt man auf jeden Fall das 13. gesponsert RIDA, Frostlight am hohen Rail. 180, Gap, Extension mitgenommen, 10 Sekunden. Frostlight, Frostshuttle! Letzter Trick, Digga, letzter, Morki, der Mann aus MG, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Ausgabe, Buddy, Buddy! Ja, mit einem satten Olli in die Quarter, mit einem unfassbar stetsch Backside Olli. Die Wabbel, locker, Flocki, Backside Olli saß an Alex Stetsch. Wow, stylisch! Wow, was für ein Fiebel Pop-Over! Digga, was geht's? Am hohen Rail? Backside Olli, da ist er endlich! 20 Versuche, 20 Sekunden, 20 Versuche, die nicht gemacht wurden von anderen RIDA. Wunderschöner Fiebel Grimes! Wow! Wow, 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 wow! Fakies Backlip! Ja, Mann! Fiebel Slappy! Kicklip, das Leumann Gap! 50-50! Wow! Yeah! Bruder! Jawohl! Dankeschön! Steig gemacht! Hier ist 25 Sekunden! Machen Sie einen Applaus für Fabi und Olli Lipschwein! Was für ein Backside-Lafside-Transfer! Wahnsinn! Wunderschöner Fiebel Grimesk! Kommt, vorst du mit! Aus Neckertal! Eine Fiebel, Junge! Was ein Backside-Lafside-Transfer! Wahnsinn! Wow! Wow, Fiebel Grimesk! Backside-Lafside-Rafside-Transfer! Bein Versuche, ich würde sagen, 15 Sekunden! Versuche, Sideboard slide. Swish. Mein Lüftkrieze. Swish-Blank. Slot. Jau. U2S. Smith. Ich, sorry. Kibu, Smith, dann hast du genau so. In der beiden Folge. Ja, da ist er. Finger-Flipper. Wollegi kommt für den Finger-Flip. Fünfzehn Sekunden. Halft-Gab. Du sagen, wie auch. Halft-Gab. Alter, was ist das jetzt hier? Stay on to the fullest. Kick-Lift, das Laddum-Gab. Fünfzehn Sekunden. Schön hier rein. Kick-Lift. Oh mein Gott. Fünfzehn Sekunden. Not in your flip. Not again. Yo! Popsack, Popsack, Mann! Raha, Raha. Hörschung, man. Applaus, General Alex. Finale stand! Domin... Jens, 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 Jens! Jens, Jens, Jens! Raha, der Raha, der Raha! Was soll das, Frau, Mann? Raha, der Raha! Der Raha, der Raha, der Raha, der Raha. Jessica? Jessica, 2.50 Uhr. Herzlichen Glückwunsch! Das ist mega, mega cool gefangen. Jesse Katran aus Luppertal, first and last! Super, super, super! Jesse, hauen Sie rein! Bruder, anders seinig! Luppertal, erster! Ja, Mann! Du bist doch nicht gefeuert. Herzlichen Glückwunsch, Digga! Bitteschön! Dankeschön! Und wehe, du fährst das 8,1 nicht! Laber nicht! Von 16,9? Erzähl mal! 14 Worte hier! Wie fühlt es sich an? Lässlich! Flow drin wiegt nichts anderes. Dennoch musste man sich entscheiden. Und wir haben uns dazu entschieden, dass der zweite Platz Patrick Wenz ist. Macht mal Lernen! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Dritter! Dritter, das hier, bitteschön! Immer! Ey, du bist echt... Der Mann ist non-stop third! Ne, letztes Mal erster. Oh, ja! Stimmt! Ja, 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 genau! Mega, mega, mega! Kann ich mir hier selber meinen Pokal überreichen? Ja, ja, ja! Danke, warte, das ist mal einer hier? Moment! Moment! Moment, der Wouter überreicht doch mal hier! Zweiter Platz, Junge! Dankeschön! Danke, danke! Zu dem ersten Platz hier! Mit drei Punkten Unterschied! Dominik Wenzel! Macht mal Lernen hier! Ja, Mann! 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 Super krank! Hammer! Geil, Leute, danke! Glückwunsch! Dankeschön! Junge, 250 für dich! Wow! Junge, du machst ja echt, ey! Hier, wo sind meine Tantiemen, ey! Okay, 1st Platz! Geil, Digga! Zweiter nette Teil auf Skate-Contest! Zweiter neunter! Grenzland-Contest! My man! Alles abgeräumt! Alles abgeräumt, was man abräumen kann! Amiga-Reiner! Rock on, Mann! Bo, bo, bo! Schön gemacht! Schön skaten! Macht Spaß zu, super! Total! Letzte Worte, Bruder! Letzte Worte? Letzte Worte! Ich finde es immer geil, so Contests zu skaten! Weil immer so alle Leute kommen zusammen, das ist immer wie so ein Großklassentreffen! Und das ist einfach immer geil, alle so zu treffen! Und ich freue mich! Community for life! Community for life! Danke an alle fürs Kommen! Es war ein wundervoller Tag mit euch! OG Distribution! Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start! Meldt euch bei uns! Bei den Boards fängt das ca. bei 50 Boards an! Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht! Das geht wirklich ab 50 los! Und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis! Welche Farbe man will und so weiter und so weiter! Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen! Wird natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen! Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre! Und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll! Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch! Das können wir natürlich dann alles beim Angebot abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet! Wer ist ein Dealer? Ja! Ich häng mit OG dem Pop!